Ich hoffe, dass wir eine offene, kritische, interessante Diskussion haben und dass wir neue Perspektive über unsere Arbeit und auch über Juden in der DDR gewinnen. Wie konnte man nach Deutschland zurückfahren? Das war wirklich ein Geheimnis für mich. Und dann später habe ich es besser verstanden. Wenn ich von meinem Vater ausgehe, der war ein Deutscher durch und durch. Und es war völlig klar, dass er nach 1945 so schnell wie möglich wieder nach Deutschland will. Die Heimatlosigkeit in Australien auf eine Weise, obwohl ich da sehr gut gelebt habe und die Leute gut zu mir waren. Aber auch das Gefühl für Heimat nach Deutschland und hauptsächlich, und das ist das ausgesprochen wichtige, das politische Motiv. Und das war ein Motiv, glaube ich, von sehr vielen, die dann in der DDR waren. Aus der Immigration zurückgekehrt waren, dass sie ein neues Deutschland wollten. Und ich wollte dazugehören, ganz einfach. Ich hatte mir eine sozialistische Welt auf deutschem Boden vorgestellt. So wurde sie uns auch durch alle möglichen Publikationen dargestellt in Australien. Und ich fand dieser Aufbau Drang und die Jugendlichkeit dabei schon sehr faszinierend. Es war auch meiner Meinung nach, war es für sie eine Art, mit Deutschland und mit der deutschen Vergangenheit durch die BRD abzurechnen. Für mich als Amerikaner und als amerikanischer Jude, was sehr erstaunlich war, und da muss ich sagen, ich habe sehr viel Respekt vor den Menschen gewonnen, die in diese erste Generation, die zurückgekehrt sind aus der Sowjetunion, aus den USA. Egal, was man über ihr politisches Denken fühlt, haben sie sehr viel Mut gehabt und haben wirklich, war Idealistin, haben vielleicht an eine Utopie gedacht, aber sie haben sehr viel Mut gehabt, in die SBZ oder in die DDR zurückzukommen, weil das war nicht einfach. Ich habe ja in den 80er Jahren eine jüdische Gruppe in Ostberlin, also bei der Gemeinde gegründet, wir für uns, Juden für Juden. Und da stellte sich irgendwann heraus, dass wir alle, also wen lud man ein, alle, die man kannte, und die man kannte, waren alle im Exil geboren. Also als wir uns dann trafen, haben wir angefangen, Geschichten zu erzählen, woher kommst du, wie war das. Es war sozusagen eine Gemeinschaft, aber es gab nicht dieses, was man als jüdisches Alltagsleben bezeichnen könnte. Meinem Eindruck nach war das ein Alltag von Leuten mit einer bewussten Emigrantenbiografie. Also so, dass man sich mit anderen, die Eltern jedenfalls, mit anderen Emigranten getroffen hat. Und dass auch die Kinder, deren Eltern so ein Schicksal hatten, das durchaus gewusst haben und miteinander nicht selten den Alltag verbracht haben. Also angefangen von diesem Topos, der Antisemitismus in der SED, ja, oder, das sind, ist eine unglaublich undifferenzierte Betrachtungsweise. Ja, und da halte ich eben diese Forschung, gerade auch von Wolfgang Herzberg, aber nicht nur natürlich, es gab auch andere und gibt sie, für ganz wichtig. Ja, es gehört mit zur deutschen Geschichte. Musik Musik Alle Lebensweisen in der DDR sind doch durch so ein paar Leute, über einen Kamm geschert worden, Unterdrückung, Ausbeutung, alles verhindert, alle dumm und so weiter, endlich Mauer weg, alle glücklich. Und das stimmt natürlich nicht. Und insofern ist es wirklich sehr an der Zeit, dass die, wir noch leben, auch mal gefragt werden, wie es in der DDR war. Es wurde in der Westpresse immer wieder behauptet, dass der Antisemitismus groß gewesen wäre in der DDR. Und so stichhaltig, wie das heute in dieser Rede, in diesem Vortrag widerlegt worden ist, habe ich es selber noch nicht gehört. Das war sehr, sehr authentisch. Ich habe immer gedacht, nachher, die waren die echten Opfer der Wiedervereinigung, diese nicht-jüdischen Juden, die Kommunisten waren. Ja, das war Schlussfolgerund von meiner Forschung damals. Ich glaube, das müsste auch alles zusammengeführt werden. Und dann, glaube ich, müssen unsere Erinnerungen, die natürlich alle auch gefärbt sind von der Zeit, nochmal auf ihren historischen, auf ihr historisches Gehalt hin überprüft werden. Ich finde, was besonders interessant jetzt ist, dass direkt nach der Wende, wir haben den Film 1993 fertig gemacht, schien uns wirklich sehr wenig Interesse in Juden in der DDR. Jetzt, 25 Jahre nach der Wende, scheint es mir jetzt mehr Interesse zu sein. Und dann, glaube ich, das ist mir jetzt mehr Interesse zu sein.